Hallo liebe Freunde und Freundeline, ja, heute das ist ein Arbeitstag, jawohl, ja, das ist so. Mein Herrchen, der backt eine Stolle, macht er, hat er gesagt, er backt eine Verstollung, jawohl, das ist so ein Kuchen, weichst du, der immer an die Weihnachtszeit gegessen wird, ja, und Kekse, Kekse hat er auch schon ganz viele jetzt gemacht, mhm, ja, und, und, und meine Frau Lienchen, die guckt jetzt schon, was sie zu den Mittagessen kochen tut, ja, weil mein Herrchen, der tut ja nur backen, verstehe ich, und, äh, und kochen tut er nicht, nee, das ist kein, kein gutes Koch, also, und dann ist das so, und ich, und ich, ich zerschnitzele Kartons, jawohl, ich zerschnitzele die leeren Kartons, die dann zu die Papiermüll gelegt werden, verstehe ich, die müssen jetzt ja klein abgehen, und damit das richtig Spaß macht, sind da immer noch kleine Leckerlis drin, ja, die macht meine Frau Lienchen rennen für mich, damit ich auch Spaß da dran hab, und immer wenn die dann so drei, vier oder fünf solche Kartons schmeißt, hat ich dann nur so fünf Leckerlis, nur für mich, jawohl, so, und jetzt hat ich keine Zeit, ich muss jetzt gucken, wo die anderen Kartons leihen, die ich noch nicht zerfetzt hab, Freunde, ich wünsche euch heute einen wunderschönen Tag, ja, macht's gut, bis dann, tschüss, euer Mogli mit die weiße Sonne.